oh moin leute hier ist wieder ein geist herzlich willkommen auf meinem youtube channel und zwar will ich euch heute einen neuen glitz zeigen wie ihr wisst gibt es ja jetzt das tilted town hier neo tilted ist ja weg wie ihr seht hier kann man nichts zerstören nichts bauen das habt ihr sicherlich alle schon mitbekommen nur gibt es jetzt hier einen neuen glitch wir trotzdem noch bauen könnt und zwar leute ihr müsst einfach hier im boden testen ein bauplan die hand nehmen dann zwischen den beiden blöcken ist ja diese lücke müsst da drauf stehen dann einfach auf editieren und wenn ihr runter fällt und den bauplan noch in der hand habt dann könnt ihr drinnen bauen ihr so wie ich jetzt kennt ihr hier wollen so leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja würde ich mich gerne über ein like freuen schreibt in die kommentare und ansonsten bis zum nächsten mal tomatensaft